Das ist Ella. Ella hat eine wirklich sehr bewegende Geschichte, wie ich finde. Und zwar kam zum Erdlingshof ein Metzmer, der uns gefragt hat, ob wir Ella bei uns aufnehmen wollen. Denn er hatte den Auftrag, sie zu entsorgen. Ella war schwer krank. Sie hatte ja Dauerdurchfall gehabt und hat nicht zugenommen, sondern nur abgenommen. Und sie war wirklich nur noch Haut im Knochen. Wir haben dann gefragt, wie lange wir Zeit hätten, sie aufzunehmen oder uns zu entscheiden. Und dann hieß es, bis heute Abend 18 Uhr, dann muss er sie entsorgt haben. Birken und ich, wir sind dann losgefahren und wir haben Ella auf den Arm genommen. Sie war wirklich ganz leicht, haben sie zu uns geholt. Und sie war aber auch bei uns ja nach wie vor schwer krank. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben verschiedene Laboruntersuchungen vorgenommen und haben herausgefunden, was ihr gefehlt hat. Haben es geschafft, das in den Griff zu kriegen. Und mittlerweile ist Ella wirklich herngesund. Das blühende Leben kann man sagen. Wir freuen uns total, dass Ella die Erdlingshoffamilie bereichert und ja, dass sie es geschafft hat.